Die Dekore haben eine wunderbare Haptik. Sie können vielfältig eingesetzt werden. Wir haben tolle Möglichkeiten mit den passenden Kanten dazu, um für den Kunden einen extremen Mehrwert zu erzeugen, der sich auch vielleicht ein bisschen von anderen Herstellern abhebt. Bei der Verarbeitung ist es natürlich grundsätzlich wichtig, den richtigen Maschinenpark zu haben. Es ist wichtig, die Maschine auch richtig einzustellen und es kommt natürlich auch immer auf ein Probestück drauf an. Aber grundsätzlich sollte man sich dann nicht scheuen, weil das Produkt ist einfacher zu verarbeiten, als man das von Anfang an als Fachmann vermutet.